das ist der brandenburger himmel über einem brandenburger wald und dort sitzt jemand im wald es ist volker bruch er hat in diesem wald ein buch gefunden das buch heißt materialermüdung und jetzt werden wir mal schauen was drin steht an einer zufällig ausgewählten stelle mit einem ritual pass auf maya stand auf öffnete den kühlschrank und holte eine erstaunlich große zucchini aus dem gemüsefach sie hob ihr glas rekte mit der anderen hand die zucchini in die luft und rief moses goldberg hiermit bist du symbolisch entmannt zacka bumm sie hob die zucchini wie ein hackmesser und ließ sie zwischen moses beine niederfahren moses zuckte zusammen und rief hauer herzlichen dank für die aufmerksamkeit materialermüdung ich realistisch'